Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Zagomaster und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ZuppenPVP. Ja, wir sind dabei, alle Kits zu kaufen und ja, wir wollen das einfach schaffen. Hier die letzten 8 Kits kaufen wir noch und ja, ich bin die ganze Zeit dabei, hier ein bisschen Coins zu farmen, denn ich will noch auf den Quaftedoy, ups, einmal den Sound ausgemacht, sorry, einmal auf den Quaftedoy-Server alle Kits zu haben, die es hier gibt und ja, das wollte ich mit euch aufnehmen und ich nehme das hier die ganze Zeit hintereinander auf, weil, guckt mal Leute, es sind sehr viele Leute da, das ist perfekt, Alter. Ich habe so einfach lange drauf gewartet, bis mal hier mehrere Leute drauf kommen und wenn ihr noch den Server noch nicht kennt, kommt einfach mal drauf, früher war der halt richtig aktiv, der Server, der war richtig voll, über 100 Leute waren fast drauf und jetzt sind immer so knapp 50, 40, aber das ist echt wenig, alle sind weggegangen und ich freue mich, wenn neue dazukommen und hier ein paar Spielmodis spielen. Spielmodis gibt es einmal, Kid PvP, Suppen PvP, Skyblock und Skywars glaube ich war das, ja, kann sein. Die Sachen gibt es und ja, wir fangen direkt hier wieder an. Ich habe ja in der letzten Folge ein paar Kits hier ausprobiert, wir machen damit weiter. Wir holen jetzt mal hier diesen Aufsteiger, nee, das ist das mit dem Hühnchen. Zen, was ist das? Teleporter, das ist lustig, Leute, weil so, bin ich irgendwo, habe mich irgendwo hin teleportiert und das ist nice. Denn der Teleporter finde ich interessant, damit kannst du richtig Leute verarschen. Bam, Alter. Noch mal ein paar Suppen hinterherlegen. Was ist los mit dir? Hast du Schiss, ne? Hast du Angst? Ich bin immer bei dir. Ja, danke schön, hast du dich extra ausgeloggt im Kampf. Oh, hast du schlechtes Internet, Dude. Es tut mir aber leid. What the fuck, Alter? How you doing? Ich geh besser weg, Alter. Die ziehen mir hier zu viel ab, Alter. Du schon wieder. Bist du down? Ne. Oh, schnell weg hier und Teleporter nehmen und Gott sei Dank. Ich hänge hier in den Liaren fest, das ist scheiße. Lass mich, ich will nicht laufen. Nein. Nein. Ach, scheiße, falsche Taste, Alter. Ugh, Mann. So. Die ganzen Sachen, das ist halt nur Schrott. Wir können mal den Gräber nehmen. Hat der Langsamkeit? Ja. Snow Nis. Hey, du hast das auch? Wie sieht das denn aus? Okay, das sieht schön aus. Das Haus sieht schön aus. Wann kann ich wieder raus? Ah, jetzt. Ja, dieses Kit finde ich jetzt nicht so cool. Kannst du einfach nur dich mal verstecken. Ich mach das jetzt nicht mehr. Oh, dieses Snow Nis ist echt kacke. Was war das denn, Alter, für ein Pferdegeräusch, ey? Alter. Wir killen hier einfach alles. Mein Ohr juckt. Ah, mein Ohr juckt. Scheiße. Aua. So. Oh. Jetzt nehmen wir mal wieder meine, Alter. Mein Lieblings-Kit. Warum man richtig gute Coins sammeln kann. What the fuck, Alter. Oh, was ist das, Alter? Warte mal. Oh, ich hab gedacht. Mein Ohr blutet. Das will ich ja nicht. Ah, ist das mal schön, hier viele Leute auf dem Server zu sehen. Oh, ich hab's ja nicht mehr. Oh, ich hab's ja nicht mehr. Bam, Alter. Nochmal schöne zwei Kills gemacht, hier. Dreierkillen. Lockerflockig. Klein und rund. Wevel in meinen Mund. Du Scheiß. Was ist los mit deinem Scheißfeuer, Dings? Interessiert mich nicht. Ach komm, nervt mich nicht. Ich will den doch. Der sieht lecker aus. Ich will ihn. Ich mag dieses Geräusch, Alter. Oh, ich hab einen gekehlt. Nice. Okay, in 30 Sekunden geht die neue Map los. Da will ich ihn grad nicht noch kehlen. Alter, Belly, Alter. Wenn der Mann nicht hackt, Alter. Ich weiß es nicht. Nice. Wären wir jetzt auch direkt gewechselt. Ah, ne, gut. So. Weil genau der Dude wollte, dass ich aufnehme. Und jetzt. Hast du Autosub drin, ne? Ne, ne, ne. Gott. Ich hab schon gedacht, Dude. Oh, komm schon, Alter. Du bist... Du bist gut. Du bist echt gut. Jetzt meine Kombo. Meine Tasten. Scheiße, Alter. GG. GG, my boy. Juranimo. Alter, dein scheiß Dings. Lol, Alter. Der hat mich fast gekillt. Das kannst du nicht immer wiederholen. Ach, der geht einfach weiter. Danke, dass ich ihn killen durfte. Oh, oh. Jetzt bin ich mit dir gefangen. Ich hab aber noch einen gekillt, Alter. Der ist nice. Boah. Der war... sexuell nur geil. Hahaha. Nein. Ich will nicht hier rein. Das könnt ihr vergessen, Alter. Ach, scheiße. Ich kann nicht so schnell, Alter. Ach, scheiße. Wir sind schon zu spät. Ja, okay, gut. Ja, aber wir haben echt gut gefarmt, Leute. Wir brauchen nur noch 981 Punkte bis zum nächsten Rang. Darauf freue ich mich schon richtig. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like. Da würde mich tierisch freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao. Mit V. Ciao.